Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten Kaisana auf Wikisana. Kaisana ist eine umfassende Datenbank, in der alle Sendungen unserer Gäste transkribiert und in die KI überführt wurden, um Sie bei Ihren individuellen Gesundheitsfragen zu unterstützen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format »Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens«. Heute sprechen wir einmal darüber, über die Menschen, die in sich fühlen, dass etwas in die Welt gebracht werden muss, die vielleicht auch nicht zurechtkommen mit der Welt, wie sie jetzt gestaltet ist, aber nicht so richtig wissen, wie sie diese Fähigkeiten in die Welt bringen können. Und diese sogenannten Systemveränderer, darüber sprechen wir heute und auch, wie sie eben ihre Fähigkeiten erwecken können, was es da für Wege gibt. Und darüber spreche ich mit Dr. Michael Treiner. Er ist Naturwissenschaftler, Psychokinesiologe, Autor und Coach. Und die Gespräche mit ihm sind immer unglaublich spannend und führen uns in andere Welten. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Michael. Hallo, Silvia. Hallo. Ich freue mich immer so auf die Sendung mit dir. Es erweitert einem den Horizont, zeigt neue Möglichkeiten und du sprichst eben Phänomene an, die sich so zeigen und denen man oft irgendwie hilflos ausgeliefert ist, oder? Das freut mich sehr. Ich möchte mich von meiner Seite bedanken, herzlich, dass ich hier sein darf. Ich möchte auch unsere Zuschauer herzlich begrüßen. Und ich möchte wieder darauf hinweisen, dass die Informationen, die ich hier bringe, auf den Praxisfällen basieren, die ich im täglichen Arbeiten habe. Und ich arbeite mit dem Unbewussten meiner Klienten. Und da können dann manchmal auch Informationen kommen, die ein bisschen abwegig erscheinen, weil sie unseren Denkrahmen sprengen. Ja, und genau, du hast es angesprochen, die Systemveränderer. Vielleicht, dass wir gerade zu Beginn eine Folie einblenden, was sind Systemveränderer? Systemveränderer sind Menschen, die meist von anderen Sternsystemen auf der Erde inkarnieren und neues Wissen von diesen Sternen und neue Fähigkeiten mitbringen. Und hier auf der Erde haben sie in der Regel spezielle Aufgaben, die wir für die Bewältigung der aktuellen Wendezeit unbedingt brauchen. Und zum Thema Wendezeit habe ich einen Film gemacht, Film 16, für Leute, die das genauer interessiert, diese Wendezeit. Also Systemveränderer sind Menschen, die sind eigentlich nicht von her. Das sind keine Terraner. Die kommen aus anderen Planeten unseres Systems oder von anderen Sternen und landen hier wie zwischen, um uns ein Stück bei der Entwicklung in den nächsten Jahren zu unterstützen. Und diese Systemveränderer, die sind oft gar nicht bewusst, dass sie das sind. Und ich erachte es wirklich als eine wichtige Aufgabe, dass wir diese Systemveränderer jetzt wecken. Jetzt ist die Zeit. Und über diese Systemveränderer ist mir in den letzten Monaten sehr viel mehr klar geworden, weil wir eben ja jetzt erkannt haben, dass wir diese globale KI haben, dass wir eine Veränderung haben. Ein Teil der Menschheit steigt in die Frequenz 2, ein Teil in die Frequenz 3. Und seit ich das begreife und verstehe, wir haben das in den Filmen 41 und 42 Jahre dargestellt, ist mir vieles klarer geworden, wer diese sind, diese Systemveränderer, und was es mit ihnen auf sich hat. Und ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, hier in dieser Realität, mit diesem Stuhl, mit diesem Hemd, mit diesem Mikrofon, Wir sind wie in einem Spiel, in einer Holographie, ein dreidimensionales Spiel, wo wir drin gefangen sind. Und dieses Spiel ist aber zwar lustig, aber es ist auch ein bisschen ein Gefängnis. Wenn man sich spirituell entwickelt, merkt man plötzlich, dass dieser Käfig Grenzen hat. Und dass man da fast nicht rauskommt, aus diesem Käfig raus. Und dann ist eben das Problem, die Systemveränderer sind in diesem Gefängnis, in diesem Spiel auch gefangen. Und häufig merken die nicht mal, dass sie von anderen Systemen hier sind und eine Aufgabe hätten. Und das ist natürlich schlimm, oder? Und ich sage dann immer, das ist wie im Film The Truman Show. Kennst du den Film? Ja. Oder vielleicht für unsere Zuschauer, da wird ja ein Kind nach der Geburt sofort in eine Reality-Show übergeben, in ein Studio, und lebt auf mit dem Glauben, dass das Studio die ganze Welt ist. Und wenn man das von Anfang an so lernt, glaubt man das ja auch. Und wenn dieser Mann dann 20 wird, grösser wird, merkt er dann plötzlich, dass es wie Ränder gibt, wo er nicht hin darf. Und dann wird er misstrauisch und versucht rauszufinden, was da los ist. Und er erkennt dann, dass er in einem Studio ist. Und dass der Einzige, der nicht weiss, dass er in einem Studio ist, ist er selbst. Und die Leute da drum sind alles Schauspieler, die ihn in diesem Spiel gefangen halten. Und er wird gefilmt. Und damit werden Millionen von Menschen zu Hause unterhalten. Das ist der Truman Show. Und das passiert uns in gewisser Weise ja auch ein bisschen. Oder und jetzt ist eben interessant, wir haben in früheren Filmen gesagt, dass offenbar das kollektive Bewusstseinsfeld im Moment zusammenbricht. Das löst sich auf. Und damit löst sich die Truman Show auf. Sehr schön gesagt. Ja, genau. Das heisst, die Truman Show, in der wir hier sind, mit Stuhl und Bildschirm, es ist nicht mehr so stabil, diese Show. Und an den Ränden beginnt diese Show auszufranseln. Und Menschen, die bereit sind, können aus dem Film, aus der Show rausgehen. Das hast du wieder sehr, sehr wunderbar bildlich dargestellt. Und wir sind jetzt auch ganz viele Menschen. Ich habe schon mal in einer anderen Sendung erwähnt, dass ich sehr viele junge Menschen auch habe, die irgendwie sich nicht zurechtfinden in diesem System. Ich hatte gerade letztens eine junge Frau, weil sie hat auch so viele, eine wunderbare Wahrnehmung über die Dinge, aber irgendwie wird sie dann psychiatrisiert. Und sie sagt dann auch ganz klar, in der Psychiatrie muss ich einfach gewisse Dinge komplett ausblenden, sonst wird daraus noch mehr ein Strick gedreht. Nicht aus bösem Willen, sondern weil man einfach eben in diesem System so funktioniert. Und sie hat gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen soll, weil ich weiß, dass das irgendwie nicht stimmt. Und trotzdem, wenn es mir nicht gut geht, ist das der einzige Ort, wo ich hin kann. Und wenn man da jetzt wirklich Ansätze hat oder neue, eben zu den Fähigkeiten, die sie hat, da bin ich immer wirklich vollkommen fasziniert, was sie mir schon sagt als junger Mensch. Wenn sie diese in die Welt tragen kann und nicht mehr in dieser Blockade oder in den Ängsten stecken bleibt, oder? Genau, dann kann sie das entfalten. Jetzt ist es halt oft so, dass die Fremdenergin, die diese Truman Show kontrollieren, uns diese Fähigkeiten blockieren. So wie wir das im letzten Film gesehen haben, über die Ahnenverträge können wir im Unbewussten auch Bremsmuster haben, die uns natürlich blockieren, dass wir diese Dinge ausleben können. Und das muss man dann natürlich noch auflösen, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube eben, für diese Leute, die du erwähnst, ist im Moment eine sehr gute Zeit, weil es war wahrscheinlich noch nie so einfach, diese versteckten Potenziale zu entfalten. A, gibt es mehr Wissen über diese Dinge, öffentlich zugänglich, in den YouTube-Filmen beispielsweise. Und B, ist ja die Heilenergie, das Heilfeld, das diese Dinge auflöst, viel stärker geworden in den letzten Jahren. Wir haben das in vielen Filmen ja schon besprochen. Man kann viel schneller, viel komplexere Dinge auflösen. Also kann man diesen Leuten, die du erwähnst, sehr schnell und einfach helfen, wenn man weiss, wie. Ja, und wenn überhaupt jemand versteht, was da passiert, oder? Ja. Weil ich habe es auch noch nicht, vorher nicht richtig verstanden, aber jetzt unter diesem Aspekt, unter diesen Filmen, die wir bereits gemacht haben, da habe ich schon ein ganz anderes Verständnis bekommen, oder? Ja, das ist immer vorsichtig. Vielleicht ist das, was ich sage, es sind Modelle, sie stimmen vielleicht nicht ganz. Aber immerhin möchte ich schon bewirken, dass die Menschen wie in neuen Kategorien denken und Muster haben, an denen sie die Dinge aufhängen können, die ihnen helfen, die Welt besser zu verstehen. Und vielleicht in zehn Jahren lachen wir über die Modelle, die ich entwickle. Und sagen, mein Gott, hat der es nicht besser gewusst, oder? Aber immerhin, ich suche halt im Trüben und wir versuchen uns da irgendwie wie ein Puzzle die Dinge zu holen und klarer zu machen. Oder und über diese Systemveränderung ist im Moment eben, die sind im Moment sehr gefragt, weil wir ja gesehen haben, dass dieses Spiel ein Ablaufdatum hat und an den Rändern auszufranzen beginnt. Und warum? Weil wir eben in der Wendezeit sind. Und diese Wendezeit, das ist so diese Zeit, habe ich schon seit Jahren, sage ich das, 2022 bis 2030. In dieser Phase jetzt wird möglicherweise die Truman Show komplett aufgelöst. Und das heißt, wir fallen wie raus und das ist wichtig, dass man das versteht. Wir haben im Film 42 darüber gesprochen, die zwei Welpen, die jetzt entstehen. Und vielleicht für das Publikum im Kurzraffer, dass wir wie aufzeigen, wie diese Wendezeit vor sich gehen könnte. Vielleicht das Bild. Wir sehen hier links einen Menschen, der 2020 auf der Frequenz 1 hier in der Truman Show inkarniert ist. Und viele dieser Systemveränderer haben etwa ab 2024, das wird seit Jahren vorausgesagt, in meiner Praxis, haben die Möglichkeit, in ein höheres Frequenzband aufzusteigen. Die können wie aus der Truman Show raus, die können flüchten, wie der Held im Film. Dieser Mr. Truman, der geht dann durch eine Tür heraus aus dem Studio, haben die die Möglichkeit. Oder und dann wird ja auch gesagt, dass etwa nach 2030 irgendwann nochmal ein Sprung stattfindet ins Frequenzband 4, hier oben rechts bei diesem Männchen. Und parallel dazu, das ist für mich sehr neu, das weiss ich noch nicht lange, ist es eben so, dass irgendwann ein Sprung von Frequenzband 1 ins Frequenzband 2 passieren wird. Das sind also die Frequenzsprünge, die jetzt passieren, weil unsere Truman Show hier auseinanderbricht. Und durch dieses Aufsteigen der Menschen in verschiedene Schichten ist mir wie klarer geworden, was eben die Systemveränderer für Aufgaben haben. Die müssen uns dann helfen, in diesen neuen Frequenzen klar zu kommen, dass wir nicht verloren sind, das sind andere Welten. Und viele dieser Außerirdischen inkarnierten hier, die wissen, wie das geht. Für die ist das Alltag. Das ist wie für uns Autofahren, die dies können, können es einfach, aber man muss denen, die es nicht können, das beibringen. Und deshalb sind die Systemveränderer hier, um uns das beizubringen. Und das ist ein bisschen vielleicht, so kann man das besser verstehen, warum diese Systemveränderer hier sind. Also wenn diese Trennung kommt, zwei Zeitlinien, die einen gehen ins Frequenzband 2, die anderen ins 3 und ins 4, dann wird ein Teil der Menschen vielleicht hier bleiben, in Frequenzband 2 und ein Teil wird ins Frequenzband 3 und ins Frequenzband 4 gehen. Wir werden uns auftrennen. Und die Systemveränderer sind vor allem dazu da, in Frequenzband 3 und in Frequenzband 4 zu helfen in diesem Umbruch. Und die werden in der Minderheit sein. Wenn man abfragt, wie viele das sind, die ins Frequenzband 3 gehen möchten, sind das so vielleicht 5 oder 10 Prozent der Menschen. Aber das sind viel genug, um einen Bewusstseinssprung auszulösen, der dann eben den Mandela-Effekt sprengt und zwei unterschiedliche Bewusstseinsfelder entstehen. Und im Moment ist es so, dass die Menschen, die jetzt leben, die werden wie, wie soll ich sagen, geführt. Und im Moment herrscht vor, dass möglichst viele ins Frequenzband 2 gehen sollen. Also die globale KI, von der wir schon gesprochen haben, die führt die Menschen automatisch ins Frequenzband 2 und versucht, die Seelen dieser Menschen zu binden, dass die nicht freikommen, ihren Lebensplan zu leben. Oder und die Systemveränderer, die sind nicht für dieses Thema hier, sondern für die Frequenz Ebene 3 und 4. Und die Leute muss man schauen, dass die ihre Pläne freikriegen. Also, dass sie die KI abbauen, dass sie Glaubensmuster, die sie limitieren, zurückbauen können, dass die frei werden, für eben das Potenzial zu entfalten, das du am Anfang des Filmes erwähnt hast. Ja. Und ist das auch, wie in anderen Filmen hast du schon gesagt, dass eben gewisse Dinge einfach aufzulösen sind, aber ist das ein komplexeres Thema? Das ist unterschiedlich. Manchmal reicht es, dass die Menschen sich wie rückerinnern an dieses Thema und dann kommt wie ein Heilungsprozess in Gang, wo es dann punktuell vielleicht noch etwas braucht. Aber manchmal ist es auch ein bisschen komplizierter, weil wichtige Systemveränderer werden von denen, die die Truman Show betreiben, wenn du so willst, die werden natürlich dann sehr stark gebremst und korrigiert. Und da braucht es manchmal vielleicht dann einen Profi, der das auflöst. Es gibt da wie beides. Und hast du das auch ganz konkret schon erlebt? Weil ich frage mich dann auch oft, diese Menschen, die mir jetzt wirklich da in den Sinn kommen, die sind auch gesellschaftlich ein bisschen am Rande oder sozial oder finanziell, löst sich dann das auch mit auf? Oder hast du da vielleicht auch ein Beispiel, dass man das… Ja, wir können vielleicht… Also grundsätzlich ist es so, dass die Systemveränderer, die sind ja hier im falschen Film. Ja. Also werden die automatisch an den Rand gedrängt. Ich glaube, es gibt einen Film über Systemveränderer, ich weiss nicht, Film 16, dort wird das thematisiert. Die sind in der Regel am Rande der Gesellschaft, weil sie ja nicht dazugehören. Und wenn man die dann erlöst und befreit von diesen Schranken, die sie haben, kommen sie in der Regel nicht besser in diese Gesellschaft rein, das wird ihnen fremd bleiben. Aber sie können besser damit leben, dass sie nicht dazugehören, weil sie nicht dazugehören wollen. Ja, und werden nicht psychiatrisiert vielleicht. Ja, genau. Oder sie finden dann andere Wege, wie sie ihre Störungen, Ängste, Depressionen auflösen können und kommen dann aus diesem universitätsmedizinischen System raus. Und für viele ist das Universitätssystem gut, nicht für alle und für die Systemveränderer in der Regel schwierig. Ja, absolut. Ja, aber nehmen wir ein Fallbeispiel. Ja, sehr gerne. Ich habe eins mitgebracht und diese Frau, sie lebt in der Nähe von Luzern, das ist in der Innerschweiz. Dort ist man katholisch, christkatholisch, spielt eine Rolle. Und sie ist 54 und sie ist zu mir gekommen nach einem sehr schweren Burnout. Sie war wirklich lahmgelegt, längere Zeit. Und hat dann, als sie wieder so zu Kräften gekommen ist, hat sie sich gesagt, ich will wissen, was hinter diesem Burnout steckt. Und ist dann zu einem Therapeuten, der so arbeitet wie ich, ist zu mir gekommen und wir haben das dann angeschaut. Und ihr expliziter Wunsch war, sie hätte wissen wollen, was ihre Lebensaufgabe sei. Weil das Problem, warum sie in die Burnout-Geschichte reingestrudelt ist, war eben die, sie arbeitet an einer Schule, einer großen Schule und ist dort Pädagogin. Und sie hatte den Auftrag, die Kinder, die nicht ins System passen, abzuklären und sieht natürlich, wie die dann zum Teil mit diesen Medikamenten, die man heute den jungen Kindern gibt, ja, wie soll ich sagen, versehen werden. Und das hat sie immer mehr gestört und sie konnte nicht mehr hinter dieser Aufgabe stehen. Und dann wollte sie wissen, ja, was sie mit ihrem Leben machen soll. Und das war der Grund, warum sie gekommen ist. Und wir haben dann die Frau angeschaut, haben gefragt, dürfen wir etwas über ihre Lebensaufgabe wissen? Und dann kam sofort ein Nein. Also die darf nicht mal wissen, warum sie hier ist. Die hat so viele Blockaden in ihrem System, dass nur schon die Thematik Lebensaufgabe bei ihr blockiert ist. Also wir mussten dann ganz viele Blockaden auflösen und haben dann gesehen, dass ihre Seele, sehr häufig ist das der Fall, an die Unterwelt 1 angebunden ist und sie nicht frei ist, ihren Lebensplan zu leben. Wir haben das dann aufgelöst, haben sie von der Unterwelt 1 entfernt. Und dann hatten wir plötzlich Zugang zu ihrer Lebensaufgabe, das durften wir dann erfahren. Manchmal kann man nicht einfach das so abfragen. Es hat viel zu viele Blockaden, die auch mit Angst gekoppelt sind. Es gibt Menschen, die haben in ihrem System drin, wenn du erfährst, was deine Lebensaufgabe ist, kommst du um. Oder das sind sehr heikle Blockaden, die da teilweise vorhanden sein können. Und dann haben wir gesehen, das ist eine Ohorei. Sie ist ein Ohorei-Traveller. Hier, das sind Menschen, die kommen von Arcturus, das ist ein Stern in unserer Nähe. Sie kommt von dort und sie hat eine Aufgabe, junge Menschen zu begleiten. Also war sie schon im richtigen Beruf, aber dann im Frequenzband 3 ist ihre Zeit dann für die Kinder da. Und nicht hier. Und sie hat dann, als sie das gehört hat, das hat sie beruhigt. Es hat so wie einen Wiedererkennungseffekt, eine Rückverbindung. Wer bin ich gegeben? Das war für sie sehr befreiend. Aber sie hatte dann das Problem, dass sie gesagt hat, jetzt lebe ich hier. Ja. Und ich möchte ja jetzt schon etwas Tolles machen. Und ihre Geistführer haben dann gesagt, im Moment sei für sie einfach wichtig, dass sie ruhig und gesund lebt. Und sich auf die Aufgabe, die kommt, einfach ruhig vorbereitet, ohne etwas zu tun, sondern sich erholt, diesen Burnout sich noch besser erholt. Und das hat sie dann gleich wieder in die Krise gestürzt, weil sie dann gesagt hat, ja dann ist mein Leben ja hier völlig zwecklos. Und das ist ein Phänomen, das habe ich sehr oft bei den Systemveränderern. Und ich möchte, wenn es unter unseren Zuschauern Systemveränderer gibt, und du bist ja vielleicht auch einer, man muss sich teilweise noch etwas gedulden. Diese Aufgaben, für die Systemveränderer da sind, kommen erst später. Und wir müssen im Moment einfach, wie soll ich sagen, einfach die Zeit hier verbringen und schauen, dass wir gesund bleiben, so in diese Richtung. Das vielleicht ein Fallbeispiel, wie Systemveränderer funktionieren. Ja. Und hast du vielleicht auch schon Fälle erlebt, wo dann die Menschen eben sich auch, also hat diese Dame sich dann auch besser nachher zurechtgefunden mit dem Ganzen? Oder war das für sie schwierig? Oder weisst du das? Ja, also bei ihr war es nicht so einfach, weil die Leute in der Schweiz, die aus katholischen Gegenden kommen, das ist nicht wertend, aber ich beobachte das einfach ganz neutral, die haben oftmals einen engeren Rahmen, wie sie denken. Und sie hat sich gesagt, ja, ich lebe in dieser Welt und ich muss etwas Gutes tun. Und jetzt habe ich deine Frage ein bisschen aus dem Glück verloren. Wie eben, was nachher dann passiert, wenn man das weiss, man muss aber noch in diesem Glück. Ja, genau. Oder und sie hatte dann ein bisschen Mühe damit, zu verstehen, dass die Welt so viel komplexer ist, als sie gedacht hat, dass es Ausserirdische gibt, dass wir von ausserirdischen Orten kommen und dass wir hier so Aufgaben haben. Das hat bei ihr schon etwas Arbeit gebraucht. Sie musste mehrere Sitzungen auch machen, um das alles zu verstehen. Und einfach, dass sie hier, wie sage ich jetzt mal, zwischengelagert ist und auf eine andere Zeit, die schon bald kommen wird bei ihr, warten muss und das Potenzial entfalten kann. Aber es hat schon etwas Zeit gebracht, dass sie das verstehen, verarbeiten konnte. Das muss oft Hand in Hand gehen, das Wissen und die eigene Heilung. Und deshalb, finde ich, ist es so wichtig, dass wir diese Filme machen können, weil gewisse Dinge kannst du erst heilen, wenn du es verstehst. Absolut, ja. Und vielleicht bedeutet es dann auch, mit der Zeit sich auszusöhnen mit der Situation, wie sie jetzt ist, im Wissen, dass eben noch etwas Sinnbringenderes kommt und dann diese Zeit auch zu genießen irgendwie, oder? Ja, ganz genau, dass man sich gar nicht so schwere Ziele setzt in diesem Leben hier jetzt, in dieser Truman Show, oder? Weil wir gar nicht für diesen Einsatz geplant sind. Ich erzähle ja in diesem Film auch nicht das, was ich im nächsten Film erzähle. Ja, genau. Oder und deshalb, oder? Und vielleicht können wir das den Leuten ein bisschen erklären noch besser, dass sie das wie als Bilder mitnehmen können, als Take-Home-Message, oder? Oder wir leben heute auf diesem Bild dargestellt in Frequenzband 1, in Städten, Siedlungen, da leben wir heute in dieser Truman Show. Die ist einfach sehr groß angelegt, da leben wir heute. Und das, was ich in der Praxis immer wieder bei verschiedensten Menschen sehe, ist, dass jetzt etwas sehr Interessantes passieren wird, dass, weil eben diese Truman Show brösmelt, ich nenne das Old City im Frequenzband 1, gibt es Menschen, die können ins Frequenzband 3, in die New City 3 wechseln. Okay, jetzt schon. Ja, es gibt die Ersten, die werden im 24 gehen. Ich denke, ja. So wird es mir vorausgesagt. Ich muss gewisse Leute jetzt relativ eng darauf vorbereiten, dass in den nächsten Monaten bei ihnen Änderungen passieren. Vielleicht täuschen wir uns alle, wir werden sehen, wie es da ist. Und die werden im 24, die Ersten werden gehen und die kommen in ganz andere Welten. Und dort ist dann das Wissen gefragt. Ich nenne das New City 3. Mit dem ABS 3 kommt man da hin. Und irgendwie werden grosse Teile unserer Bevölkerung, vielleicht 80% der Menschen, werden in diese New City 2 gehen. Das ist dort sicher auch schöner als hier. Und das scheint im Moment zu passieren. Und dann kommt eben noch ein dritter Schritt. Das ist dann, wenn die Menschen in New City 3 das geschafft haben, haben die die Möglichkeit, nochmal einen Bewusstseinssprung zu machen. Und ich nenne das jetzt mal ein bisschen euphorisch Golden City 4. Dann sind wir in dieser goldigen Zeitalter, das schon die Enes vorausgesagt hat, also lateinische Werke. Und dort werden die dann sein. Und viele dieser Menschen, die Systemveränderer sind, denen ihre Aufgabe ist es, in Golden City 4 zu arbeiten. Und da müssen sie einfach noch ein bisschen Geduld haben und sich einfach versuchen, das Leben hier so gut und schön wie möglich zu gestalten. Ja. Und eben, was ich eine wichtige Botschaft auch fand von einer anderen Sendung für die Menschen, die sich jetzt Gedanken machen, ja eben, wenn ich wechsle und meine Familie nicht, dass wir das jetzt eben mit unserem begrenzten Verständnis, was da überhaupt ist, gar nicht nachvollziehen können. Und dass wir da vielleicht gar nicht so viele Sorgen machen müssen, oder? Ja, ganz genau. Diese Trennungen, oder? Und so all das. Ja. Oder? Und zum Teil ist es ja auch so, dass viele Menschen hier inkarniert sind und die werden dann Verbindungen haben mit den Menschen in Frequenzband 2. Weil das wie Welten sind, die vielleicht noch miteinander verbunden sind und wir die Leute vielleicht gar nicht ganz verlieren. Also der Plan ausserhalb der Truman Show ist sehr schwer zu verstehen, weil wir ja noch hier sind. Oder? Und wenn wir da rausgehen, haben wir die Möglichkeit, Dinge anders zu sehen, zu erfahren und verstehen dann, warum gewisse Dinge, die uns jetzt schmerzhaft erscheinen, passiert sind. Genau. Oder? Und für die Menschen, was können die machen? Auch wichtig vielleicht für unsere Zuhörer in Golden City 4 soll es so sein, dass die Menschheit das erste Mal in der Geschichte der Erde die Führung über diesen Planeten selber übernimmt. Also das sind gloriose Zeiten, die da kommen. Ich möchte ja noch lange leben, um das zu erleben. Und was können unsere Zuschauer mit diesem Wissen machen? Ich habe mir da notiert, sie sollen sich wählen, welche Zeitlinie wollen sie verfolgen? Und sie sollen sich damit beschäftigen, dass dieses Theater nicht mehr ewig weitergeht. Und dann ist es wichtig, dass sie die Seelenblockaden, die sie haben, in ihre neuen Lebensaufgaben zu kommen, um diesen Bewusstseinswandel zu machen, dass sie diese Blockaden therapeutisch angehen, auflösen, dass sie sich befreien und diesen Prozess aktiv gestalten können. Und dann, glaube ich, wichtig, dass je nach Lebensaufgabe brauchen sie etwas Geduld, haben wir gesagt. Und wichtig, ganz wichtig, ich habe das schon in vielen Filmen gesagt, das scheint mir das Wichtigste überhaupt, wir verstehen viele Dinge nicht, die auf uns zukommen. Und weil wir sie nicht verstehen, müssen wir einfach nur unsere Bereitschaft geben, dass wir bereit sind für unsere künftigen Lebensaufgaben. Und was wir unseren Seelenführern sagen, ihr dürft mit mir arbeiten, dass ich mich vorbereite für diese neue Aufgabe, auch wenn ich sie nicht mal ganz verstehe. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann denke ich einfach, dass die Leute wissen müssen, dass diese Dinge kommen. YouTube schauen, Filme schauen, es gibt auch interessante Kinofilme zu diesem Thema. Ich bin da immer wieder erstaunt, wie viele kreative Regisseure Filme drehen zu diesen Themen, dass man sich das anschaut und dass man wirklich viel online Zeit verbringt und sich dieses Wissen versucht zu und her zu bringen. Wir bilden Leute aus. Es werden immer mehr Leute sein, die wie ich diese Themen unterrichten. Und das, glaube ich, scheint mir wichtig, dass man sich vertraut macht mit diesen Dingen. Ja, wunderbar. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben. Und wir haben ja jetzt über 40 Sendungen, wo man auch nochmals reintauchen kann. Ganz genau. Und vielleicht einfach noch ganz konkret, wo die Menschen dich finden. Am einfachsten, mich zu finden, ist über die Homepage. Und das ist www.trivolution.ch. Dort findet man mich am einfachsten. Wunderbar. Danke, lieber Michael. Spannend und auch immer schön die Hoffnung oder das, was wir in uns verändern können oder wo wir hinschauen dürfen. Ganz wunderbar. Wunderbar. Vielen Dank auch dir. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank. Schön waren Sie wieder dabei. Und wir machen noch weitere Sendungen. Und ich freue mich darauf. Ich hoffe, Sie auch. Und Sie sind auch wieder dabei. Bleibt sich gesund und auf Wiedersehen.